Sibylle Berg viel gut essen. Text für einen oder vielen. Wir sind nur kleine Maschinen, die konsumieren sollen, die Fresse halten und bei Zeiten abtreten, damit wir keine Kosten verursachen. Wir sind nichts. Wir sind das Volk. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Jeder Asselamt hat hier der Rechte. Wir werden viele, eine Milliarde kleiner Leute, die verarscht werden, von vorne bis hinten. Wir wollen in dieser Welt nicht mehr leben. Dann können wir auch für sie sterben. Der Countdown läuft. I guess there is no one to blame. We're leaving ground. Will things ever be the same again? It's the final Countdown. Die letzte Schlacht, der letzte Sieg, stehen auf ihr Bürger. Es ist Krieg. ... ... ... ...